Ich hatte am Anfang mir Skizzen gemacht, was ich eigentlich sehr selten tue. Und ich hatte mir auch, weil ich mir immer alles verbal aufschreibe. Also ich beschreibe mir immer die Musik, die in meinem Kopf vorgeht, mit Worten. Und ich hatte den großen Fehler gemacht, dass ich beim Sturm, weil ich davor natürlich die allergrößte Angst hatte, und das Heidebild war, was danach kommt, war für mich das Bild, warum ich überhaupt den hier schreiben wollte. Ich habe diese Non-Bere Musik von Meno-CSU-T. Aber ich hatte die hole mit dem Moment. Und dann wurde ich ein wenigstatt auf mich zu tun, dass das Jenny sagte, dass er in der Sache ein moment war, dass ich erinnere fiquei zu tun, das dringend zu machen. Die ersten jetzt ist es ein sehr wichtiger Teil des Jahres. Das war der Vorstehung am Ria-Kinney. Das war der Vorstehung des Jahres, die Wiener όlen alle Erinnere, Ich habe dann von Form begonnen und ich muss das bei jeder Oper tun, auch wenn ich weiß, ich habe allerdings erst begonnen mit dem Anfang, als ich wusste, wie das Stück endet. Das ist immer ganz wichtig. Und es gibt so einige Fix-Punkte, die man vor Augen haben muss, die man im Kopf haben muss, auf die man dann sich Dramaturgisch, Musikdramaturgisch hin entwickelt. Ich habe dann in dem Bild, wo dann schließlich langsam der Sturm sich nähert, die Idee der Sturms überhaupt, war ich an dem Punkt angekommen, wo das, was ich mir als Kiel ist, nicht mehr mit dem zusammenpasste, was sich bis dahin nun entwickelt hatte. Und das war eigentlich für mich selbst, war das eine Katastrophe, denn ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe es auf, und das tut man ja nicht, oder, ja, das oder will ich jetzt nicht beschreiben, aber dann merkte ich, es fehlt mir ein Schlüssel. Wieder ein Schlüssel, warum setzt jetzt der Sturm ein. Der Sturm ist im Leer kein Naturereignis, sondern das, was sich ereignet in der Natur, kommt aber aus dem Leer heraus und schlägt auf ihn als Sturm wieder zurück. und dann riefst du viel über die Sturm. Also, im Moment, wie ich gerade in der Zeit, ich beim campen und habe das Bild von der Figuren, dass das etwas harbwire. Und dann stellte viele mit einem Weg, es war dabei nicht mehr aufgefallen. In der Zeit, ich bin schon auf den Reise. Wir müssen noch vor allem um Dinge, was ich jetzt nicht verwendet. Aber auch die Frage, was der Yoshi kam eine Konflikten sind, die in der Grundstück der Ansteller-Kag-Kag-Kag-Kag-Kag-Kag. Keiner hat sich die Frage, die in der Anstelle der Ria entwickeln. Nachdem Gonerel nun die meisten seiner Leute genommen hat und Wägen, das auch noch zu viel, noch viel zu viel, fleht er Brigham an, ihm doch diese Leute noch zu lassen. Und dann schreit sie, das werden Sie nachher hören, Schluss mit der Heulerei. Da gibt es einen Momentpause und dann hört man einen ganz tiefen Ton in den Kontrabessen. Und da hatte ich das Gefühl, natürlich, hier baut sich jetzt der Sturm auf, denn er sagt zu seinen wenigen Leuten, die er hat, noch hat und die auch schweigen, da sagt er, und das finde ich von dem Übersetzer, der damals den Lieren zu Goethes Zeiten, noch vor Goethe, übersetzt hatte, nämlich Jörn Heinrich Eschenburg, auf die Übersetzung sind wir gekommen, da sagt der Lier zu seinen Leuten, was steht ihr da und glotzt. Das ist ein sehr harter deutscher Ausdruck. In dem Moment baut sich der Sturm auf und da wusste ich alles. Und dann konnte ich den Sturm weiterentwickeln und dann war das für mich eigentlich nur noch ein Zusammensetzen von dem, was ich jetzt in meinem Kopf, ich schon hörte und dann natürlich auch organisieren musste. Ja, dann kijken wir aus den Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine große Herausforderung. Das ist doch nicht so ein Thema, aber was eine Rieher von Not-Mann-Eurob 저도 Er ist vor allem Scheikspierer von英語-Lehrer von Geh-Per-Gate von Geh-Per-Gate Johann-Escher-Bolk Er ist das für gut von dem Elbis-Lehrer von sehr stark und Wenn hier dann nach dem Sturm in der Heide angekommen ist, ist er ein armer, einsamer Mensch, eine Kreatur, ausgesetzt nur noch der Natur. Er hat nichts mehr. Und daher hatten wir uns auch entschieden, das Stück nicht König, sondern nur noch Lier zu nennen, weil Lier für jeden von uns steht und jedem kann das passieren, was dem Lier geschehen ist. Und Lier ist Lier. 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 Lier.